Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Heutz geht es um Klapperbord. Wir sind schon als dritter Teil und ich werde Ihnen überzeugen, dass er naja Harry Potter ist. Hintermutterische Musik. Keine Ahnung, ich schaffe die Rohrheberrechtsgenehmigung von Designer, den Kanal von Ninkesmal oben rechts, könnte hingehen, hat die Musik selbst gemacht, kann es cool so, weiter. Okay, dann fangen wir mal an. Hallo, bist du nicht Harry Potter? Na, schauen wir mal aus, was du sagst. Harry Potter? Ja, macht es. Bist du Harry Potter? Jetzt kommt mein Taktik, ja oder nein? Hm, hm. Mädchen? Nein, Junge. Ich komme bis runter. So. Machst du Harry? Ohi. Ohi. Hm, dann können wir mal vielleicht... Ich muss nur Finger weckeln. Ha, keine ist nicht. Ah, du ist... ja. Ohi. Potter, neul ist Infos, jemanden, der Hintergrund von Musik von meinem Kanal macht. Achtung, macht's bitte, äh, schreib mich an wer's macht. Und naja, ich werde dann den Kanal als im Kanal selbst verlinken und in den Videos und... Naja. Bin ich nicht. Doch. Doch. Ich habe dich ertappt. Hm. Und, und? Schau. Musik All Geoffrey Bist du Jetzt Harry Harry Potter Jowy Nyum tall.. Josef das Padd superior gar cyll Ja Kanzler und K doch das ist eine Wiederholung eigentlich bin ich ein Frosch also bist du äh wie Porta Rorsch Na schau was er sagt A. K. 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 Herr Weltkanzler und Kostmann in der Welt der Kostmann also Kostmann 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 A. Aaaaaaahhh Ok Wenn Fangen wir an, wenn du Harry Potter bist bin ich du Nein, bin ich du nicht Ok Komm weg Bitte Bitte Ich bin ein Mensch Der Harry Potter Heißt Oder Ähm Ähm Also als ich wollte das machen Bildschirm klicken Dann kommt er mal zum Cleverboot Ja ich weiß denn ich bin Gott Nein Bist du Harry Potter Bist du Harry Potter Bist du Harry Potter Da reg' mich grad sowas noch auf Oh komm überleg Bist du Harry Potter Bist du Harry Potter Oh Da reg' mich grad sowas noch auf Komm überleg' Ich bin ein Mensch Ich bin ein Mensch Ich bin ein Mensch Ich bin ein Mensch Bist du Harry Potter Er Wird Macht sich doch anders als Ich habe mich davon dreimal Wotnen Einwürfehl Harry Potter Stimmt Nein! Nein, du heißt Harry Potter. Oder? Nein. Bitte. Bitte. Sie Harry Potter. Sie bitte für mich Harry Potter. Hux Potter Online. Ah, ist bernett, du, okay, darf ich das Gespräch auf YouTube hochladen, dass du Harry Potter bist, auch YouTube-Grundern, bist du schwor, alter, spinnst auch ein Junge, Junge, du, Homosexualer, ich bin kein Mädchen, na, egal, ich kann nur sagen, tschüss, klickt auf den Link, um zu kommen, wo die Hinterkunft Musik gemacht hat, wo es vorbei ist, oder ihr, beschäftigt euch mal selbst mit Cleverboard, tschüss und viel.